Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Ein kleiner Rückblick aus einem Stream. Denn heute war ich angeln. Nein, nicht ich, sondern bei Quanton hat mich geangelt. Und was da so passiert ist, ob ich es überlebt habe und wie das Ganze so weitergeht, seht ihr in dieser Folge. Also viel Spaß und liken und kommentieren nicht vergessen. Tschüss. Oh nein, mein armes Schaf. Was? Der Mann Schaf aufgewissen, der liegt. Da! Mordanschlag auf mein Schaf! Frechheit! Ah, diese Servergötter. Okay, das sieht glaube ich ganz gut aus so. Na, ey! Waaaa! Ah, nein! Frechheit! Warte, 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 warte. Eimer getötet. Warte, warte, warte. Wir machen mal eine Challenge. Ja, warte, 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 warte. Wir machen eine Challenge. Wir machen eine Challenge. Ich brauche nur einen Eimer. Warte, wir brauchen schnell einen Eimer mit Wasser. Wir machen... Das ist ja cool. Wir machen eine Challenge. Äh, wie ging ein Eimer? War das so? Ja. So, hoffentlich ist er noch da. Wir machen mal eine Challenge. Der hat mich einfach ermordet. Lag da jetzt eigentlich meinen Kopf rum? Ne. Warum lag da jetzt nicht meinen Kopf rum? Plums! Nix, Plums! Tätlicher Angriff. Ist er noch da? Ja. Los, komm, ich bin bereit. M-L... M-L-G, los! Nix! Zwei. Eins. Jaaaa... Nein! Oh, es hat nicht geklappt! Sagen wir mal Rollen tauschen? Nein, ich will noch mal. Oh, das ist... Mist! Mist! Warte, mal Eimer Wasser. Hey, warum hat das nicht geklappt? Wie das aussieht, ein Pinguin da oben auf dem Baum. Ich spürte das genügend Flugweg auch um theoretisch ins Wasser zu kommen. Ja, aber ich wollte es ja mit einem Eimer schaffen. Äh, geht es los? Ja, ja, ja! Warum gibt es keinen Erfolg? Warum kriege ich keinen Angelerfolg oder sowas? Geil! Geschafft! Bin nicht auch unten. Ja, du hast ja die Macht. Aber schaffe ich das nochmal? Oh, es regnet! Toll! Na egal, macht nichts. So. Hä, du hast doch OP-Rechte. Geh doch einfach da hoch. Das schaffe ich bestimmt nicht nochmal, oder? Ey, das war ja cool. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Den juckt das überhaupt nicht. Den juckt das gar nicht. Was ist denn da los? Mein schöner Baum. Was macht er denn da? Was macht er denn mit meinem Baum? Ey, was machst du mit meinem Baum? Was? Er macht ein Loch in meinen Baum! Da ist ein Loch! Wie sieht das aus? So jetzt nicht. Ja, super! Hast du zu Eisen? Eisen? Ja. Ich hab Eisen. Brauchst du Eisen? Jetzt recht. Äh, wie soll ich dir die hochwerfen? Wenn du mich hoch... soll ich die dann so... so machen? Ja, können wir probieren. Suchti, grüß dich! Äh... Na dann, ja, auf geht's! Oh nein! Oh nein! Oh, ich hab zu schnell ge... äh, zu langsam gewechselt. Okay, hast du Eisen, wenst du? Ich hab acht Eisen bekommen. Ja, sehr gut! Äh, wenn ich jetzt noch den MLG geschafft hätte, wäre das ja... Was die GHG würde ich... Komm, einmal machen wir noch. Warum krieg ich eigentlich... Du hast mich doch ermordelt! Warum krieg ich hier keinen Kopf? Ja, weil... äh... Ich bin noch anhörtlich im Modell eigentlich. Okay, so... Okay, du kannst! Ope? Au! Ey! Ich wollte das den Fluch machen! Ja, bitteschön! Bei Quanton ist es etwas leise. Äh... Echt? Moment... Moment... Wer ist das wieder? Das ist unser Server-Gott. Ohne bei Quanton hätte dieses Projekt nicht stattgefunden. Lass gerne mal alle ein Herz für den lieben bei Quanton da. Bin ich jetzt lauter? Ne, ich kann nicht gleich noch lauter stehen, aber das geht grad nicht. Sonst fliegt der Bogen los. Los, los geht's! Oh nein! Ah, das klappt nicht. Och man! Komm, einmal noch. Einmal geht noch. Das liegt bestimmt an der Voice-Mod. Warte mal. Lautstärke anpassen. Mondjuwel? Ne, hä? Ne, da ist es schon auf 200. Okay, ein letzter Versuch. Ich geh'n von näher und zu mir kurz rum. So. Ein letzter Versuch. Dann geht's halt ohne Voice-Mod. Äh, ohne, ähm, B-Player-Mods. Auch nicht schlimm. Uuuuuh! Ja! 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 Ha-ha-ha-ha! Ja! 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 So cool! So cool! Ja!